hallo und herzlich willkommen zu einem neuen gameplay natürlich auch mit eurem joker natürlich wieder hier mit dabei hier unten rechts in der ecke hock ich für euch wieder hier und ich habe für euch ein sehr sehr geiles spiel was auf epic umsonst war ich will jetzt erstmal wieder vorproduzieren und alles ihr seht es ja natürlich erst ein bisschen später und ich hoffe die heißen tage gehen bei euch auch jetzt gerade ein bisschen schön kühl runter genießt das wetter genießt das video und ich würde sagen wir machen nicht lange wir 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 starten jetzt wolfenstein der new order ich würde sagen lasst sie nur kommen ist die mittlere schwierigkeit macht einfach bock ich glaube der leibhaftige tod und extrem bin ich jetzt noch nicht so ich meine doch schon irgendwo sage ich jetzt mal aber im endeffekt liebe leute wir ich will nicht lange quatschen ich muss jetzt endlich mal anfangen ein bissle ballern in meinem traum rieche ich ein barbecue ich höre kinder einen hund und ich sehe jemanden ja da ist das alles das ist nicht meine welt dafür röhrende motoren soldaten wir kommen in der nacht so da sind wir ja schon im flugzeug oh 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 wir sind blaskowitsch jetzt müssen wir uns beeilen ok zang und draht das wird ja auch einmal vorgegeben ja ok 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 oh oh mein gott schnell zu mal schnell zu machen aber ich könnte mir ebenfalls will ich mal dieser stelle sagen wenn ich mit cam aufnehmen soll schreibt es ruhig in die kommentare wenn nicht dann auch ich mache jetzt mal wieder mit camp weil ihr wollt ja auch nicht so hoffentlich sehen ok wir schneiden die kisten auf schnell 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 alles aufschneiden oh jasses alles geht weg alles geht weg wo fern ist im himmel alter wenn der krieg so war wo ich muss mich gerade noch ein bisschen zurechtfinden ich habe schon mal wollte wollte aber das war damals doch auf der ps4 war das und meines der schrott wie gesagt ich habe ich baste die ganze zeit gerade ihr könnt mir gerne auch mal die youtube-video oder so verlinken als kleine unterstützungshilfe es ist kein alter das muss man sich mal geben weg mit dem weg mit dem ja es ist ja es ist wie viel kommen denn noch Der Tod klopft wieder an. Er ruft mich. Nicht heute, mein Freund. Ich muss einen Krieg gewinnen. Noch am Leben, Sie Glückspilze. Sie sind echt hart im Nehmen. Grundgültiger. Schwede, Volta 1, bitte kommen, Volta 1. Alter. Alter Schwede, oh mein Gott. Habe ich mir gerade gedacht, so what? Ich habe so gar keine Ahnung mehr von Wolfenstein in New Order. Alter Schwede. Ähm. Hebel oben neben den Lampen, da. Ei, ei, ei. Ich hoffe, bei euch ist es nicht zu laut. Die Arm. Nein. Kommt doch hoch. Kommt doch hoch. Alter, in so einer Stress-Situation noch ruhig bleiben. Gehen Sie es zu sich. Auf keinen Fall brechen. Verstanden? Halten Sie es gerade und ziehen Sie es zu sich hin. Okay, Sir. Huch. Wir packen uns wieder. Okay, Private Light. Sie müssen noch was für mich erledigen. Nein. Schicken Sie jemanden zur Seitentür. Sie bekommen gleich Besuch. Verstanden, Sir. Machen wir auf. Ja. Fertig. Dann los. Ohoho. Komm. Ich bin jetzt gestorben. Weswegen? Hä? Okay. Nein. Ich hasse sowas. So. Ich muss jetzt springen. Springen Sie mit Anlauf. Ohoho. Ja. Ja. Nimm mich. Right. Nimm mich mit. Nimm mich mit. Nimm mich mit. Nimm mich mit. Äh. Alter. Das war zweimal Versagebuch. Zehn. Wie steht's, Kev? Alles ohne nichts. Wir. Hurra, Sir. Ja. Okay. Haben wir jetzt ne Waffe mal? Oder? Okay. Oh. Ich hab grad noch. Oh ja. Leben. Leben mitnehmen. Ähm. Habt ihr noch irgendwas? Irgendwas? Nee? Nichts? Okay. Ich komm. Ich geh einfach mal. Jetzt beruhig dich. Alter, der Arme. Der Arme. Der Arme. Bitte. Abtreten. Alter, ich seh doch gar nichts mehr hier. Wenn wir Totenkopf jetzt nicht aufhalten, Fergus, ist es vorbei. Wir werden den Krieg verlieren. Allgott, ich höre Sie. Ich muss jetzt Schluss machen. Vor uns liegt seine Basis. USA Command. Ende. Konto 9. Ende. Halten Sie sich fest, Blasko. Gleich kam es auf der Haare Landung. Ich bin dann hin. Es ist der Morgen des 16. Juli 1946. Alles ist verloren. Die Truppen des Regimes rücken unaufhaltsam vor. Wir haben keine Chance. Unser Plan geht nicht auf. Wir sind unterlegen und am Ende. Ich suche einen alten Bekannten und werde eine Rechnung begleichen. Für die Wende sorgen. Oh mein Gott. Stimmt, es gibt ja auch diese Mächtige. Ähm. Ich brauche eine Waffe. Ich brauche eine Waffe. Oh, hier. Oder? Nee. Melde sich per Funk. Ja. Fergus, wie ist Ihr Status? Vescovich, bei uns hier ist die Katte am Dauern. Wir sitzen hier am Flieger fest. Wer sonst irgend so ein Patservieh den Arsch aufreißen will. Kein Witz. Ich habe das gleiche Problem. Sitze in den Trümmern fest. Vescovich, sehen Sie das da drüben? Hey Private Wyatt, leuchten Sie. Vesco, sehen Sie das Licht? Wyatt, das Licht aus. Ja, Sir. Ich kann Sie sehen. Was soll ich machen? Wir kommen von hier aus nicht hin. Sitzen hier verdammt nochmal fest. Aber wenn Sie den Geschützraum unseres Fliegers erreichen, können Sie das Biest vielleicht erledigen. Keine Waffen können Ihnen nichts anhaben. Können Sie zu uns rüberschwimmen? Wenn Sie unter Wasser bleiben, sollte Ihnen nichts passieren. Oh mein Gott. Ist das jetzt, ist das jetzt den, die ein... Da muss man echt Mut beweisen. Leute, ganz ehrlich, das ist nicht ohne... Ui, durchgerutscht. Tja. Oh ja, Mann. Ja. So, schnell. Wir müssen auf jeden Fall jetzt rüber. Rüber, rüber, rüber. Oh je. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir jetzt erwischt werden. Oh. Komm. Komm. Oh mein... Halt die Luft an. Blazkowitsch, halt die Luft an. Halt sie an. Komm rein. 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 Hoch, hoch, hoch. So. So wird ein Schuh draus. Komm schon. So. Perfekto. Jetzt kommt die Abrechnung. Du hässlicher Köter. Ah. So. Da war noch ein Dritter. Oder? Hm. Hat mich getäuscht. Mistvieh. Wir kommen zu ihm. Jawohl. Also gut, hören Sie zu. Dort in den Gräben gibt es ein MG-Nest. Wenn wir vorrücken, werden wir abgeschlachtet. Also, Sie arbeiten sich zu diesen Schützengräben vor und schalten das Nest aus. Laufen Sie einfach durch die Mitte, so schnell Sie irgendwie können. Wir geben Ihnen von hier aus Feuerschutz. Verstanden. Ah. Legen Sie das an. Ich halte Funkkontakt. Okay, Leute. Bereit machen für Deckungsfeuer. Ähm. Leute, wisst ihr, was ich nicht verstehe? Im Endeffekt. Oh. Ah. Ähm. Wir sind doch Käpt'n, oder? Wir sind Käpt'n. Heißt das nicht, die müssen jemanden vorschicken? Eigentlich. Oh, Wüstung. Wüstung ist gut. Ah. So. Ihr kleinen Rabauken. Ähm. Oh, okay. Sorry. Ich muss mich, wie gesagt, erst noch dran gewöhnen. Oh, Stickbrill. Grenades. Äh. Wie schmeißt ich die? Jetzt habe ich es nicht gesehen. Ach hier. Alter, das sind ja keine Wüste. Das sind ja Maschinen, wo das machen. Oh, ja, man runter. Oh, ja, jetzt geht's richtig los. Okay, warte. Oh. So, gib mir deine Waffe. Ähm. Ich habe die Waffe, aber ich würde gerne mal die ausprobieren. Boah, so. Sieht ein bisschen aus wie die STG, Mann. Die kriege ich auch gerade mehr Muni, glaube ich. Ähm. Ey, Mann. Dann hat man richtig so, wie der Krieg hier richtig gerade stolziert. Ey, Alter, das ist nicht mehr normal. Stopp! So, super. Brauch Munition. Boah, ich habe schon lange nicht mehr so eine Kampagne von Ballerspiel gezockt, Alter. Das ist nicht mehr normal. So. Komm schon. Also dich noch. Ich nehme lieber die. Wie ich sage, ist attraktiver gerade. Im Endeffekt bringt es mir auch nichts, weil ich habe leider keine Muni mehr fast. Oh, für beide Waffen. Boom. Boom. Gib mir alles, was du hast. In die Beine. Direkt. Kommandantel! In den Kopf! Huh! Bruder. Das hätte ich nicht gedacht von dir. Hey, hey. Alles mitnehmen, Leute. Alles mitnehmen. Ich bin so ein Geier. Ich wollte aber noch kurz gucken, was da unten ist. Höh! Der ist einfach an mir vorbei. Ich Idiot. Was war das jetzt? Das ist erstmal so voll die Umgewöhnung. Sich dann erstmal so an diese Standards hier gewöhnen, was sie wollen. So. Äh, geh ich. Oh mein Gott. Ich habe einen Hund gehört. Nö. 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 Oh, ist die Grails. Mhm. Baby. Ich glaube, ich muss... Hier komme ich gar nicht lang. Oh, ich muss hier oben. Ah. Alter, die Waffe hat so einen Rückstoß, das ist nicht normal. Schwere Munition. Hier hat halt nichts an Rückstoß gefühlt. Oh mein Gott. Oh Gott. Das ist wirklich ein gepanzerter Hund. Stimmt. Gibt es ja auch noch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, wie die? Alter, die armen Hunde. Was für Tierquäle. Oh mein Gott. Die Miesen. Okay, jetzt bin ich wieder zurück. Aha. Zack. Weggenatzt. Oh, ich hätte eine Shotgun gerne. Komm schon. Call of Duty hat mir gezeigt, wie es geht. Blazkowitsch. Oh, verdammt. Falschen Knopf. Ähm. Wo muss ich denn jetzt landen? Hui. Hui. Ähm. Ich glaube, ich muss noch was... Oh. Ah, ich dachte gerade, der wäre nicht tot, Mann. Ich glaube, ich muss... Alter. Womit habe ich das Leben verloren? Das Ding hängt. Leute, wo muss ich lang? Ich bin verarscht. Vielleicht muss ich ja wieder zurück. Da komme ich ja nicht durch. Komm, ich gehe mal hier... Ne, da komme ich nicht hin. Okay. Ich glaube, ich bin gerade lost. Bis Todes. Bis Todes. Aber ich würde so wie so sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und vielleicht habe ich es bis dahin gefunden. Ja. Mal gucken. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare, bis... Wie ihr es jetzt gerade so findet. Ich finde es eigentlich ziemlich nice. Also, bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Ciao.